Ihr Hörmann-Garagen-Sektionaltor können Sie künftig auch in der endbeschichteten Dura-Grain-Digitaldruck-Oberfläche selbst gestalten. Entweder durch ein von Ihnen gestaltetes Motiv oder einem Foto. Die Oberfläche ist sehr hochwertig, sie ist kratzfest, strapazierfähig und die Farben bleiben besonders lange brillant, sodass Sie eine lange Zeit viel Freude an der schönen Optik Ihres Wunschmotives haben. Ihr Wunschmotiv können Sie auf unserer Homepage im Konfigurator hochladen und erhalten eine entsprechende Vorschau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017